... und ich hoffe, ihr wisst alle, warum ihr hier seid zum Demonstrieren. Weil wir wollen Hanf legal haben. Hanf als Rohstoff, Hanf als Medizin und Hanf als Genussmittel. Und wir machen so lange weiter, bis es legal ist. Geil! Und es gibt ja auch schon die ersten interessanten Bewegungen in dem Heimatland des War & Wards. Wird jetzt ab Januar Marihuana versteuert. Das heißt, in Kalifornien ist es ein ganz normales Business. Das ist schon mal eine tolle Sache. Und das wollen wir hier auch haben. Und zwar mit sofort. Juhu! 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 Und das nächste Respt! Juhu! Juhu!